Nummer 5. Dieses Belly-Boot ist mit aufblasbaren Schwimmern ausgestattet. Das Oberflächenmaterial besteht aus strapazierfähigem Cordura-Gewebe mit schwarzem Kalbsschuppeneffekt. Es hat auch separate aufblasbare Fächer für zusätzliche Sicherheit. Es hat Seitentaschen und einen sehr bequemen Sitz. Eine Pumpe ist im Lieferumfang enthalten. Es ist 135 cm lang, 105 cm breit und hat eine Tragfähigkeit von 115 kg. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Dieses Belly-Boot von Kinetic ermöglicht eine große Bewegungsfreiheit, so dass Sie sich Ihren Lieblingsangelplätzen leichter nähern können. Es ist einfach zu bedienen und besteht aus sehr dickem PVC. Alle Luftkammern sind integriert und es wird mit einer Pumpe und Taschen zur Befestigung an der Seite der Float-Tubes geliefert. Es hat eine Freigabematte mit einer Größeneinteilung. Kurzum, dies ist ein Belly-Boot, das für jeden und jede Art von Angeln geeignet ist. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 3. Dieses Pulse-Belly-Boot ist einfach zu bedienen und zu lagern. Die Pro-Version hat extra große Seitentaschen, die am Boot selbst befestigt werden können. Es ist aus 100% 1680 D-Polyester-Gewebe mit Doppelnähten gefertigt. Es hat einen integrierten Spritzwasser geschützten Boden und präzisere Drifts. Es verfügt über geräumige Taschen zur Aufbewahrung von Kisten, Kleinteilen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Tanks und Ventile sind verbessert. Der Sitz und die Rückenlehne haben optimalen Komfort. Es hat ein separates Doppelfach für das Ventilsystem. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Ausgezeichnetes Belly-Boot für den Angler, der keine Kompromisse eingeht. Es ist aus starken Materialien gefertigt, die perfekt aufeinander abgestimmt sind, damit jedes Detail an seinem Platz ist. Hergestellt aus hochwertigem PVC und 1000 D-Polyester-Gewebe. Es verfügt über geräumige Taschen zur Aufbewahrung von Kisten, Kleinteilen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Es hat Sicherheitsventile mit Schlüsselmechanismus. Verfügt über eine verbesserte Sitzfläche und Rückenlehne für optimalen Komfort und haarförmige Tragegurte, die sich zum Transport zusammenschließen lassen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 1. Dieses von Linne Effe hergestellte Modell eines Belly-Boots hat dank seines Tarnstiels eine attraktive Optik. Es ist ein Fischerboot mit kleinen Abmessungen und sehr leicht zu transportieren. Es hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist vor allem für diejenigen zu empfehlen, die sich dieser Art des Angelns nähern wollen. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. ! !